Leander resigniert bei Sturm der Liebe. Er will nicht länger um Eleni kämpfen. Da die beiden auch noch im selben Haus wohnen, fasst der Arzt einen Umzug ins Auge. Doch das Angebot von Alfons und Hildegard, dass er bei ihnen wohnen könnte, muss er ausschlagen. Stattdessen will Leander Bichelheim komplett verlassen, um Eleni auch ja nicht mehr über den Weg zu laufen. Deshalb fasst er einen Umzug nach Afrika ins Auge. Währenddessen will Nicole ihre Gefühle für Michael nicht zugeben. Sie schiebt den Flirt mit dem Arzt auf den Alkohol und ist fest entschlossen, nur eine Freundschaft mit ihm aufzubauen. Deshalb will sie mit ihm spontan etwas unternehmen. Doch dann kommt alles anders als gedacht. Was passiert, erfahrt ihr in einer neuen Folge von Sturm der Liebe am Montag um 15.10 Uhr in der ARD. ... ... ...